ja hallo und herzlich willkommen bei rocket channel schön dass ihr eingeschaltet habt ich möchte euch heute zeigen wie man schnell an kohle kommen kann diesen tipp habe ich bekommen von den gran turismo virtual painters und zwar brauchte ich halt ein bisschen knete und die haben mir halt diesen tipp gegeben wollen wir mal direkt einsteigen wo es interessant wird ihr geht auf die gt leach profi liga und dann premium sports launch ja und da ist die angenehmste tour die blue moon bay da bekommt ihr 100.000 ich nehme aber den la ferrari ja wie gesagt ihr bekommt eigentlich 100.000 für den sieg plus 90 prozent handicap und zumindest bei dem la ferrari der jetzt diese leistung 600 und wenn ihr kollisionsfrei fahrt bekommt ihr noch mal 50 prozent obendrauf das macht 285.000 credits sind ungefähr bei zwölf minuten dauert ein renn ungefähr sind pro stunde fast 1,5 millionen credits das setup zeige ich euch kurz wie ich das fahre leistungsstufe komplett runter gefahren leistungslevel das ist auf standard dann mechanisches dingen auch alles auf standard ich habe hier nur voll anpassbares betriebe auf 310 km h das war es auch schon habe sonst gar nichts verändert traktions kontrolle auf 1 aber nun los geht es würde ich sagen ja die haupt schwierigkeit eigentlich bei diesem einfachen kurs ist einfach nur kollisionsfrei hier durch zu kommen damit ihr nochmal die 50 prozent bekommt das macht 95.000 nochmal extra also es lohnt sich wirklich nicht gegen die wand zu fahren oder gegen irgendein fahrzeug hier könnt ihr schön durchziehen siebte gang das ist eigentlich die schnellste kurve wo man am besten überholt ich schalte ich den sechsten ab dem gelben streifen könnt ihr voll und beschleunigen den schatten hier muss man wieder sehr aufpassen dass man nicht irgendwo rein fährt kurz vor der 100er marke schalte ich zweimal runter in die kurve rein nochmal in den vierten je nach gegner vielleicht nochmal in den dritten damit man besser wegkommt ja und das macht ihr halt 15 runden lang schön sauber fahren die leistung reicht vollkommen aus im erster zu werden nur keine hektik nicht ungeduldig werden und der 100 schön im sechsten rein wollen lassen fünfte gang war schon recht knapp dürfte glaube ich auch nicht die mauer berühren dann ist nämlich diese 50 prozent weg 50 prozent bonus ja und wie gesagt das macht ihr 15 runden lang kassiert schön ab und habt glaube ich sehr easy sehr viel geld gemacht Rundenrekorde sind relativ uninteressant wenn ihr so ungefähr bei 46 liegt seid ihr zwölf genug durch mit der geschichte ok und ich würde sagen den Rest guckt euch im Schnelldurchlauf an kann er aber auch sein aber das bleibt dann ihr seid zu sagen einfach hier ihr seid zu sagen so ihr seid ihr seid dann Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wie ihr seht, kann man so die schnelle Mark machen und ich hoffe, dieses Video konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ich finde es eine sehr gute Methode, relativ einfach Geld zu machen. Und ja, man lernt auch ein bisschen Windschatten fahren und lernt auch ein bisschen dazu, sich kollisionsfrei zu bewegen. Und ja, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer ein Like, würde mich sehr freuen. Kommentare, vielleicht habt ihr ja noch einen besseren Vorschlag, wie man Geld machen kann. Kritik lese ich sehr gerne, antworte auch natürlich immer auf eure Kritik. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts und wir sehen uns dann in Zukunft wieder. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war es mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder, hier auf Rocket Channel. Bis bald.